In den Standard-Tents, meine Damen und Herren, wir werden heute wieder brillanten Tanzsporten erleben. Und ich habe mir heute Abend auch wieder eine sehr charmante, nette Begleitung hier an die Seite gestellt, die mit mir gemeinsam Sie durch den Abend führt. Heißt herzlich willkommen, die Pressesprecherin des Deutschen Tanzsportverbandes, Frau Heide Esler. Schönen Damen und Herren! Dankeschön, ein ganzes Mal was für dich. Herzliche Begrüßung. Leider muss ich dich gleich ein klein wenig korrigieren über Andreas, denn ich bin inzwischen Vizepräsidentin des Deutschen Tanzsportverbandes, aber dass ich mich weiter schlüpfe, ich kann auch mit der Presse sehr gut leben. Meine Damen und Herren, von mir ebenfalls ein herzliches Willkommen am heutigen Abend, am dritten Abend der 25. German Open Championships. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt die sogenannte 48er Runde des WDSF Grand Slam Natal Turniers. We have the WDSF Grand Slam Latin. And we will start now with the first heat. Wir wollen gleich loslegen. Die Wertungsrichter sind bereits an der Fläche, wir werden sie Ihnen später noch einmal vorstellen. Und nun darf ich die Paare der ersten Runde auf die Fläche bitten. Couples, first heat, please come to the floor. Thirteen Couples. And they are all here, so we can start somehow, please. And they are all here, so we can start somehow, please. Why should the party start from the concert? And they are all here, so we can start somehow. I know the party's going. They were too easy to go. They were you, they they are. And they are dogs at the door. Go back the door. The party's got the door to the van. Here at the floor. Go back the way you wanna start. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020